...unter Beweis gestellt, dass vielleicht sogar zu viel Feuer und zu viel Ehrgeiz noch mit dabei ist. Robert Lewandowski und Jerome Boateng nach einem Zweikampf unter dem Motto Ziemlich beste Freunde gingen zuerst die Mitspieler dazwischen, verhinderten Schlimmeres und dann sandte sie Pep Guardiola vorzeitig zum Duschen. Die ganze Szene am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr hier bei einer öffentlichen Trainingseinheit am Trainingsgelände des FC Bayern München.